Hallöchen liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Büchermonat März. Wir sind schon mitten sozusagen im April angekommen. Die erste Woche ist schon fast wiederum und ich möchte natürlich meine Bücher mit euch teilen, die ich im März gelesen habe. Dank des Märzes ist tatsächlich und meines Urlaubes im März ist ja tatsächlich eine ganze Menge an Buch dabei gewesen. Es sind für mich insgesamt 11,5 Bücher. Das heißt, es sind zwar zwölf Bücher, aber es ist ein abgebrochenes Buch dabei, was ich eben nur zur Hälfte gelesen habe und dann eben abgebrochen habe. Ja, dementsprechend 11,5 Bücher. Ich habe insgesamt geschafft 4.345 Seiten. Irgendwie blöd, dass es zwei Seiten zu viel waren, sonst wären es 43,43 gewesen. Und für mich, der Schnapszahlen liebt, wäre das natürlich perfekt gewesen. Und ja, wenn ich das auf den Tagesdurchschnitt runterrechne, bin ich bei 140 Seiten. Und das hat mich unglaublich gefreut und ich habe auch selbst gemerkt, dass der Monat sehr gut lief, dass ich wirklich viel auch gelesen habe, auch wirklich Zeit sinnvoll genutzt habe, um zu lesen. Also wenn auch zwischen irgendwas einfach mal eine halbe Stunde war und ich so dachte, ja, was machst du? Schaust du ein YouTube-Video oder liest? Und ich wirklich sehr oft auch in diesen Momenten zum Buch gegriffen habe. Und ich glaube, dass das eben zum Beispiel wirklich einer der Tricks ist, um wirklich am Ball zu bleiben und auch zu lesen. Wenn man eben auch einfach mal irgendwo zwischen zwei Terminen oder zwischen dem einen und dem anderen, wo man einfach ein bisschen Zeit hat, dass man da einfach liest. Und natürlich kam mir auch meine Woche Urlaub sehr entgegen, in der ich natürlich auch viel lesen konnte. Und ja, ich finde das sehr schön vom Lesedurchschnitt 140 Seiten. Das ist wirklich toll. Und dadurch, dass es bei mir sich wirklich auf Tage bezieht und ich wirklich versuche, jeden Tag zu lesen, kommt das auch in etwa hin. Es gibt natürlich immer stärkere Tage. Es gibt auch mal einen Tag, wo man kaum dazu kommt. Aber ja, irgendwie gleicht sich das dann auf jeden Fall aus. Ich habe ja zwei absolute Monats-Highlights, die ich euch vorstellen werde. Und ich habe eben ein abgebrochenes Buch und dann eben auch noch so zwei Bücher, die so in eine Flop-Richtung gingen. Also es war da alles dabei, von super, super gut, perfekt bis hin zu, ich habe keine Lust mehr und breche es ab. Also hatten wir auch schon lange nicht mehr. Also ich, dass ich ein Buch abgebrochen habe. Aber ich denke, ich blende euch jetzt die Clips einfach ein, die ich ja immer nach dem Gelesenen sozusagen, ja, im Grunde drehe. Und wünsche euch jetzt einfach viel Spaß bei den Bücherclips. Der Monat startet mit einem Hörbuch, was ich mir meinem Audible-Abo heruntergeladen habe und mit der Audible-App dann auf dem Handy gehört habe. Mein Herz würde ich finden von Jesse Kirby. Hat insgesamt sozusagen 368 Seiten und eine Hörbuchdauer von knapp 6,5 Stunden. Kostet als Buch 17, als E-Book 15 und als Hörbuch würde es 14,85 kosten. Wird gesprochen von Annina Braun-Miller-Yest, was auch die Synchronstimme unter anderem von Kristen Stewart ist. Aber darum soll es erst gegen Ende gehen. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt, denn es geht hier um ein junges Mädchen, Mia, die ihre erste große Liebe, Jacob, bei einem Unfall verliert. Und er ist ein Organspender und Mia macht sich nach der Abwicklung der Organspende nach und nach auf die Suche nach den Organempfängern. Und sie trifft so einige und ist aber besonders an dem Herzempfänger interessiert, weil sie sich eigentlich die Frage stellt, ob in dem Herzen von Jacob, was nun bei Noah eingepflanzt ist, irgendwie etwas von ihr übrig sein wird. Sie geht also auf die Suche nach Noah, trifft ihn und findet ihn über einen Blog, den seine Schwester geführt hat und hadert dann mit den Überlegungen, ob sie ihm sagt, wer sie ist. Und dadurch vielleicht eine Freundschaft oder gar die nächste Liebe aufs Spiel setzt. Ja, das alles klingt super romantisch. So ging es mir zumindest, als ich den Klappentext las und ich war auf der Suche nach Romantik, auf der Suche nach Schnulzgefühl und ich wollte ja ein Feuerwerk der Gefühle sozusagen haben. Das habe ich leider alles nicht so wirklich bekommen. Denn vieles wird kaputt gemacht durch das ständige Hin und Her der Gedanken von Mia. Mia überlegt locker drei Viertels der Geschichte, wie sie es sagt, ob sie es sagt, ob sie es vielleicht nicht sagt, was dafür spricht, was dagegen spricht. Und das ist unglaublich anstrengend. Ich kann verstehen, dass man auf die Suche nach den Organempfängern geht. Das ist in den USA ja viel einfacher als bei uns. Aber Noah hat sich zum Beispiel dagegen ausgesprochen, etwas aus diesem vorhergierigen Leben des Organspenders sozusagen erfahren. Und ich muss sagen, ich fand Mia unglaublich egoistisch und das ist immer mehr durchgekommen, wo ich so dachte, Mensch, Mädel, wenn er nicht will, dann reiß dich doch mal zusammen. Klar ist dann natürlich, dass sich beide mehr oder weniger irgendwie ineinander verlieben, dass da irgendwas passiert. Sonst wäre die Geschichte ja relativ früh auch beendet gewesen. Und es war eigentlich eine wunderschöne Geschichte, dieses, wie sie sich kennenlernten, dass das mehr Zufälle waren und dann wirklich, dass man irgendwie spürt, die beiden zieht etwas an. Aber es wurde eben immer unterbrochen von diesem ständigen Hin und Her in Mias Kopf. Und das fand ich unglaublich schade, weil da gar kein Platz war, dass Gefühle wachsen konnten, dass das Feuerwerk sozusagen entfacht werden konnte. Es wurde immer so im Keim erstickt. Kaum dachte man, ach ja, jetzt geht's los. Wumm! Kam wieder so ein Gedankensprung. Das hat mich unglaublich gestört. Es ist eine schöne Geschichte. Definitiv. Und ich finde auch die Thematik sehr schön, sehr interessant. Und gerade weil es ja in den USA tatsächlich möglich ist und sich da ja auch Paare gefunden haben oder Freundschaften entwickelt haben, was ja in Deutschland nicht so machbar ist, finde ich das sehr schön, sich damit zu beschäftigen. Und auch den Gedanken zu haben, ist denn irgendwas von dem, der die Organe spendet, dann tatsächlich im Empfänger übrig? Ja, das kann man natürlich so jeder denken, wie er möchte. Aber es war schön, darüber nachzudenken. Und ich wollte, wie gesagt, Gefühle. Ich wollte Herzschmerz. Ich wollte lachen. Ich wollte weinen. Und mehr als einen Schmunzler gab es leider nicht. Das fand ich echt unglaublich schade, weil ich mir so viel von der Geschichte erwartet habe. Und ich greife ja sehr, sehr selten zu einem schnulzigen Buch, so dass ich, wenn ich dann hingreife, auch tatsächlich das möchte, was draufsteht und ich hier wirklich enttäuscht wurde. Was aber sehr gelungen war, war das Vorlesen. Also jeder, der sich dazu trägt, vielleicht auch das Hörbuch zu hören. Ich mochte die Stimme von Annina Braun-Miller-Yest. Meine Güte. Sie kam mir auch anfangs schon sehr bekannt vor, wo ich dachte, irgendwie die Stimme kenne ich. Dadurch, dass ich aber durch die Audible-App ein bisschen schneller höre als die, also als Eins. Ich glaube, ich höre zwischen 1,25 und 1,5. Einfach, weil es mir sonst zu lange dauert, bis mir das vorgelesen wird. Ist mir dann irgendwann aufgefallen, Mensch, die klingt doch wie die Kristen Stewart, die Bella aus Twilight. Und so war es tatsächlich. Wenn man dann wirklich auf normale Geschwindigkeit geht, hat man sehr gut gehört, gerade auch, wenn sie den Namen Jacob ausspricht, der ja auch nicht weit entfernt liegt von Twilight. Und ich kann mich auch erinnern, dass diese Stimme die Hörbücher von Twilight gelesen hat, was ich unerträglich fand. Also ich muss sagen, jetzt sind ja vielleicht doch schon zehn Jahre vergangen, acht Jahre. Wann waren die Twilight-Hörbücher? Es könnte so in etwa der Zeitraum gewesen sein. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich damals wirklich nur, ich glaube, Band 1 und 2 hören konnte und dann gedacht habe, oh, das ist ja unerträglich. Das Gefühl hatte ich hier gar nicht. Es war eine sehr spritzige, lebendige, sehr angenehme Frauenstimme, die wirklich Spaß gemacht hat, die nicht so quietschig war und die auch so die Dialoge sehr schön geführt hat, dass man wirklich gespürt hat, dass da eben zwei beteiligt sind an dem Dialog oder auch mehr Menschen. Und das hat sie wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also sprachlich absolut eine Sprecherin, wo ich denke, da kann man mal gucken, was sie noch so ein bisschen spricht. Das Buch an sich war okay, aber es war jetzt nichts, was mich vom Hocker haut oder dann wirklich mich tief mitreißt und mich gedankenvoll sozusagen ins Leben zurückgeworfen hat. Man war leider viel zu realistisch bei dieser Geschichte und ja, das fand ich persönlich wirklich sehr, sehr schade. Und weiter geht's mit einem E-Book von Chris Wagner von Sterbenden Engeln aus seiner ewigen Reihe. Es ist das vierte Buch dieser Reihe. Es handelt sich hier um düstere, spannende Kurzgeschichten. Und mir wurde das Buch liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt. Es hat etwas über 80 Seiten, zumindest auf meinem Reader. Und ich hatte die Kurzgeschichte im Nu gelesen. Ich mochte schon die beiden, also zwei von drei Büchern habe ich von ihm schon gelesen und ich fand die Idee dieser ewigen super spannend und habe schon mit Simon, ja, mitgefiebert. Hier begleiten wir eine neue ewige, Thüri. Und dieses Mädchen oder junge Frau, ja, ist eben auch eine ewige und lebt, ja, so Mittelalterzeit, würde ich jetzt vermuten. Ich glaube, der Jahrgang stand irgendwann mal da. Ich habe es mir leider nicht gemerkt. Und wir sind gerade dabei, dass sich eben die Protestanten bilden und sozusagen von diesem römischen Reich, ja, weiterentwickeln in eine andere Glaubensrichtung. Es gibt viel Böses, es gibt sehr viel Religionskrieg, es gibt, ja, die Hexenverbrennung beginnt. Und dazwischen ist eben die Thüri, die sich, ja, unter dem Tarnmantel von einer Magd sozusagen versteckt. Denn eine Magd ist etwas wie ein Möbelstück. Sie wird nicht angeguckt. Sie ist einfach da und hat ihre Arbeit zu leisten. Doch, ja, das ist nicht alles, was wir von ihr erfahren, dass sie eben eine Magd ist, sondern sie trifft scheinbar auf einen Engel. Und, ja, da bekommt ihre Geschichte, ihre Bedeutung, ihre Fragen, die sie hat, eigentlich eine Antwort. Denn vielleicht sind die Ewigen auch Engel. Und wir erfahren eben auch etwas zu den Engeln und dann eben auch zu den Ewigen. Es werden einige Fragen beantwortet. Und wir sind in einer sehr düsteren, packenden Zeit. Ich mag Thüri. Ich fand sie unglaublich sympathisch. Sie ist um einiges wärmer und näher bei mir als Leser, als es Simon war, dessen Geschichte ich aber auch schon toll fand. Aber man spürt eben, dass hier einfach so ein weiblicher Charakter da ist und eben auch ein bisschen Gefühl und ein bisschen Gespür und ein bisschen Wärme übertragen wird. Und das fand ich als Leserin sehr, sehr gut gelungen. Das hat mir total gut gefallen. Es war eine perfekte Mischung aus düster und es war unglaublich spannend und mystisch. Und ich fand toll, dass eben Fragen beantwortet wurden, aber sich auch Fragen wieder aufgetan haben. Und ich war eben auch von dieser Wortgewalt, die Chris Wagner verwendet, sehr, sehr begeistert. Es klingt alles so irgendwie, ja, poetisch und trotzdem, ja, und trotzdem eben so dieses gewisse Etwas und eben nicht too much, sondern ja, es hat einfach so gepasst. Es hat zu dieser Zeit gepasst. Es passt zum Charakter von Thüri und es passt einfach so rundherum zu diesem Flair, zu dem Setting der Geschichte. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe auch zwei Zitate herausgesucht, die ich ganz, ganz toll fand. Beginnen wir mit dem ersten. Religionsstreitigkeiten waren seit jeher der ideale Nährboden für die dunklen Mächte. Finde ich sehr geil und passt auch in die heutige Zeit, finde ich sehr, sehr gut hinein. Und dann, aber das Böse existiert nicht wirklich. Das Böse ist nichts weiter als die Abwesenheit des Guten. Und das fand ich wunderschön. Das hat mir echt gut gefallen. Ich habe den Satz drei oder vier Mal gelesen und fand auch den ganzen Zusammenhang unglaublich toll. Und es war so, auch so eine Sprachgewalt dahinter. Und das war so, es hat einfach so gepasst. Man hatte wirklich den Eindruck, man ist zwar nur auf 80 Seiten in dieser Zeit, in dieser Welt und begleitet Thüri. Und ich hoffe, dass vielleicht das nächste Buch, insofern er noch eins zu den Ewigen schreibt, auch wieder auf Thüri sozusagen fällt, die Wahl des Charakters. Oder vielleicht treffen wir auch mal Simon und Thüri. Und ich hatte nach der Kurzgeschichte richtig wieder Lust, ja, im Grunde noch das dritte Buch, was mir im Grunde fehlt, zu lesen. Vielleicht greife ich das demnächst tatsächlich direkt noch an, weil so eine Kurzgeschichte mit 80 Seiten liest man zwischendurch. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ich in diese Geschichten und in diese Welten viel, viel länger eintauchen möchte. Ich könnte mir da durchaus ein Buch von 400 Seiten vorstellen, in das man sich einfach fallen lassen kann. Das ist auch so, ja, für mich der einzige Nachteil an diesen Geschichten, dass sie eben so kurz sind. Ich weiß, es ist eben eine Kurzgeschichte, aber irgendwie möchte man mehr und man will es länger spüren und man will länger dabei sein. Und das ist so das, was bei mir so ein bisschen Ärgerabzug sozusagen gibt. Chris, wenn du dieses Video siehst, ich will längere, dickere Bücher. Und ja, jeder, der Kurzgeschichten mag oder was düsteres, spannendes, mythisches, der sollte einfach mal zugreifen, sich das Buch einfach mal besorgen, weil es wirklich absolut sein Geld wert ist und ich es wirklich sehr gut fand. Die Diamantkrieger Saga Teil 1 Damiers Schwur von Bettina Belitz wurde mir vom CBT Verlag zur Verfügung gestellt, ist am 22. Februar erschienen, kostet als E-Book 17,99, nein, 13,99 und als normales Buch 17,99, hat 448 Seiten und ist der Auftakt einer neuen Trilogie von Bettina Belitz. Ja, ich kenne tatsächlich so ziemlich jedes Buch mehr oder weniger von Bettina Belitz, fand damals die Splitterherz Trilogie wirklich sehr gelungen, mochte ich sehr und auch in diesem Buch spürt man den Schreibstil von Bettina Belitz. Ich sage gleich vorab, ich habe in diesem Buch etwas ganz anderes erwartet. Ich habe High Fantasy erwartet, denn nicht nur der Titel über eine Kriegersaga, weiter über den Klappentext bis hin zum Cover haben für mich den Eindruck einer High Fantasy Geschichte vermittelt, sondern auch wirklich so dieses ganze Package, wie das eben einfach bei mir angekommen ist. Leider, und das sage ich einfach vorweg, für alle, die vielleicht wie ich auch eine High Fantasy Geschichte erwarten, ist es das gar nicht. Und das ist etwas, was ich unglaublich schade fand, dass so dieses ganz, auf was halt sonst bei Büchern sozusagen Wert gelegt wird, wie Klappentext, Covergestaltung, Titel, dass das für mich überhaupt nicht zusammengeht mit dieser etwas normalen Geschichte, die eben so leichte Fantasy Elemente enthält. Und ich bin mit einer ganz anderen Erwartung rangegangen und war dementsprechend dann schon ein bisschen verwirrt, als es gar nicht in diese Richtung gegangen ist. Aber jetzt, um was geht es in der Geschichte? Es geht um die 17-jährige Sarah, die ein Doppelleben sozusagen lebt. Auf der einen Seite kümmert sie sich rührend um ihre Großmutter ist da sehr beherzt, dass es ihr gut geht, dass es ihr an nichts fehlt. Und auf der anderen Seite, ja, nutzt sie ihre Fähigkeit, denn sie, ja, kann Diamanten singen hören. Und, ja, sie greift nach diesen Diamanten und verkauft diese dann teuer weiter, um eben, ja, im Grunde ihrer Oma das Leben zu ermöglichen, was sie sich für ihr wünscht. Und damit sie eben auch weiterhin gepflegt wird. Aber ihr Leben ist nicht ganz normal, ganz logisch bei dieser Fähigkeit und auch anderen. Sie trifft dann auch noch auf Damir, dem wir im Grunde ja den Titel der Geschichte sozusagen verdanken. Ja, ein sehr mysteriöser junger Mann, der einfach auftaucht und, ja, der so manche Andeutung oder mit mancher Andeutung uns sozusagen darlässt, was es mit all diesen Fähigkeiten und mit dieser Welt zu tun hat. Ja, wie schon gesagt, es ist absolut kein High-Fantasy-Roman, er spielt in unserer Welt, einfach nur, dass die Menschen besondere Fähigkeiten haben. Und das fand ich unglaublich schade. Ich habe einfach etwas ganz anderes erwartet und saß dann wirklich vor diesem Buch und dachte, hallo? Ja, hier finde ich wirklich etwas schade, wie das alles eben einfach gewählt wurde, um High-Fantasy zu vermitteln. Und dann macht man aber, wenn überhaupt, eine Urban-Fantasy-Geschichte drum, die dann im Grunde auch noch irgendwie so einen Twist hat zwischen Männlein und Weiblein, wenn man so möchte, was ich gar nicht erwartet hatte, wie ich mit der Geschichte angefangen habe. Was ich sehr schön fand, war die spezielle Magie, die angewendet wurde, diese, ja, diese Idee hinter der Magie. Ich mochte die Atmosphäre, ich mochte das Setting, ich mochte wirklich so das Gefühl, was einem die Geschichte überbracht hat und halt wirklich diese sehr besondere, ja, die Atmosphäre. Das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen, hat mir unglaublichen Spaß gemacht beim Lesen. Was ich manchmal ein bisschen schwierig fand, waren diese vielen Irrungen, Wirrungen, dieses leichte Chaos, was ich teilweise durch die Gedanken, die man dann hatte, irgendwie, man sich verirrt hat. Man hatte so das Gefühl, man hat hier irgendwie ein Labyrinth von Ideen, ein Labyrinth von Gedanken und man läuft irgendwie kreuz die quer und hofft, dass irgendwann da hinten, im Grunde hinter dem Labyrinth dann ein Ende ist, was im ersten Teil natürlich noch nicht so ganz da war, entschuldigt. Aber, ja, es soll ja weitergehen, von daher hofft man dann natürlich auf Klärung und Lösungen der ganzen Irrungen und Wirrungen und dass man eben auch genug Infos bekommt noch, um die ganze Geschichte dann im Grunde rund abzuschließen. Der Stil war wieder sehr, sehr angenehm. Ich mag es, wie Bettina Belitz Sachen ausdrückt, rüberbringen, wie sie es niederschreibt, das mag ich unglaublich gerne. Ich finde, das hat etwas sehr Besonderes in ihrer Sprache, das immer wieder Spaß macht, im Grunde die Sätze zu lesen und einfach Spaß am Lesen zu haben, weil die wirklich sehr schön formuliert sind und man da wirklich in die Geschichte eintauchen kann. Auch ist man wirklich sehr schnell durch diese Geschichte gekommen. Es war ein schneller Lesespaß, der teilweise schon ein bisschen ungewohnt war und auch der Charakter der Sarah, unserer Protagonistin, fand ich persönlich ein bisschen kompliziert. Das ist auch sowas, wo ich sage, Mensch, mit der wurde man nicht ganz warm und das ist natürlich dann immer schwer, wirklich komplett in eine Geschichte einzutauchen, wenn man sich nicht ganz an einem Charakter, an einer Protagonistin festhalten kann. Fand ich persönlich ein bisschen schade, aber das werden wahrscheinlich jetzt einfach die anderen Teile der Geschichte lösen, beziehungsweise auch verändern, die Denkweise, die man im Grunde über dieses Buch hat. Ich muss ehrlich sein, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Geschichte weiterlesen werde, weil sie mich eben nicht zu 100% in einen Bann gezogen hat und das finde ich dann persönlich schon so ein bisschen schade, wenn ein der erste Teil nicht wirklich vollumfänglich einfängt, kann es im Grunde sehr schwierig werden, dann im Grunde in den Geschichten weiterzulesen. Aber ich mache das mal ein bisschen abhängig von den Stimmen, die man dann vom zweiten Teil hören wird oder was dann im Grunde, ja, so ein bisschen vermittelt wird und, ja, lass mich da dann einfach überraschen, wenn der zweite Teil dann erscheint. Und bevor die Buchverfilmung kommt, wollte ich auch das Buch lesen von Emma Donoghue Raum. Erschienen im Pipa Verlag, kostet als Taschenbuch, beziehungsweise E-Book je 9,99, findet man durchaus auch gebraucht. Auf Freebuy zum Beispiel. Da habe ich es mir auch Anfang des Jahres bestellt. Ja, im Raum geht es um, ja, einen kleinen Jungen, der zusammen mit seiner Ma, da sein Leben lang schon wohnt. Und er hat jetzt seinen fünften Geburtstag gefeiert und er kennt nur diesen Raum, seine Ma und den Fernseher und die Gegenstände, die in diesem Raum sind. Bis eines Tages er zu seiner Ma sagt, ja, er möchte endlich mal das Echte sehen, denn er kann sich nicht vorstellen, dass das, was im Fernsehen läuft, real ist. Und, ja, sie dann im Grunde versuchen, aus diesem Raum zu flüchten. Denn seine Ma ist vor vielen Jahren entführt worden von Old Nick, der die beiden auch nach wie vor besucht und, ja, für unseren kleinen Jungen, ja, immer ein bisschen gruselig ist. Und, ja, wir so in die Abgründe sozusagen der Menschen schauen. Die Autorin hat sich inspirieren lassen vom Fall Fritzl, der ja seine Tochter in den Bunker, in seinem Keller gesperrt hat und mit ihr auch Kinder gezeugt hat. Und sie fand das so erschreckend und wollte aber nicht die Sicht oder die Erklärungen von außen im Grunde irgendwie aufgreifen, sondern eben, was könnte jemand in diesem Raum gedacht haben, der es nicht anders kennt. Und so erleben wir hier wirklich die Sicht des kleinen fünfjährigen Jungen, der auch uns genauso das beschreibt, wie es ein kleiner fünfjähriger Junge machen würde. Also wir haben hier eine sehr kindliche Sprache oder eine gewollt kindliche Sprache mit sehr vielen Grammatikfehlern. Es gibt keine Artikel, also der, die das, was ich sehr verwunderlich fand. Und wir erleben es eben, wie normal es für den Kleinen ist und wie eben auch seine Mama versucht, ja, ihn im Grunde wohlbehütet und gut aufzuwachsen, auch wenn sie nur diesen Raum zur Verfügung hat. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir etwas anderes von diesem Buch erwartet. Ich habe wirklich gedacht, dass wir Klommenheit haben, dass wir einfach auch viel Gänsehautmomente haben. Ich habe mir leider etwas komplett anderes vorgestellt, als ich dann bekommen habe. Ich habe wirklich gedacht, wir erleben das Leben auf einigen hundert Seiten von diesem Jungen und seiner Ma und wie dann eben auch vielleicht das Leben darin sich abspielt. Natürlich wäre das nicht sehr interessant, weil so viel Unterschiedliches kann nicht passieren. Ich muss gestehen, ich fand manche Wendungen in diesem Buch nicht sehr gelungen. Ich mochte auch die Art, wie mir die Geschichte erzählt wird, nicht so toll. Denn ja, dieses absichtlich kindische Schreiben mit diesen grammatischen Fehlern und wie das so rüberkam, fand ich anfangs unglaublich gewöhnungsbedürftig. Also ich glaube, die hundert Seiten bin ich immer über darüber irgendwie drüber gestolpert. Ich weiß, was die Autorin damit bewirken wollte, dass man eben in dem Kopf des kleinen Jungen ist, was ich auch von der Idee her gut fand. Was mich nur immer irritiert hat, ist, dass er irgendwie keine Artikel verwendet hat, was vielleicht auch irgendwie damit zu tun hat, dass er die Dinge nicht als Dinge gesehen hat, sondern eben, er sagt ja auch nicht die Mama, sondern Mama. Also dass er die Dinge angesprochen hat mit ihrem Namen. Komischerweise, als dann so einige Wendungen passiert sind, hat er aber dann auf einmal die perfekte Redekunst sozusagen gehabt und er hat auch Fremdwörter verwendet oder hochtrabende Wörter, wo ich dachte, wo kommen die denn her? Ich glaube, dass seine Mutter, die sehr viel Wert auf Bildung gelegt hat, ihn lesen und rechnen gelehrt hat, ihm auf jeden Fall auch eine ordentliche Deutschkenntnis sozusagen gegeben hat. Das fand ich irgendwie verwirrend. Schade, dass dann der Gedanke nicht komplett durchgezogen wird. Ich fand das Buch interessant und das ist genau das Wort. Ich kann mich nämlich nicht für gut oder schlecht in diesem Buch irgendwie entscheiden, denn es hat mich irgendwie schon gefesselt. Ich wollte auch irgendwie wissen, wie geht es mit dem kleinen Jungen und seiner Ma weiter? Wie geht es nach all den Wendungen weiter? Aber so richtig drin in der Geschichte war ich nicht. Da hat auch die schlechte Grammatik nichts dran geändert. Es hat mich nicht richtig in den Bann gezogen. Es hat mich eher irgendwie verstört und irgendwie kopfschüttelnd zurückgelassen. Ich fand es irgendwie interessant. Es hatte schon Aspekte, die ich sehr gut fand und dementsprechend auch interessant. Die Ideen, dass eben jemand es ganz normal findet, nur in einem Raum aufzuwachsen, weil er es nicht anders kennt, fand ich sehr, sehr gelungen, weil es ist natürlich genau das, was einen gruselt, weil man selbst es ja nicht für normal erachtet. Aber es ist für mich irgendwie nicht richtig rund und das liegt, denke ich, schon auch mit an dem Schreibstil, an der Geschichtenerzählung und auch an so mancher Wendungen und dass auch einem zum Beispiel die Mutter, die ist mir gar nicht ans Herz gewachsen. Ich fand die irgendwie total schrecklich, nervig, irgendwie gar nicht mütterlich. Ich habe gar nicht verstanden, gerade als die Wendungen passierten, wie die gerade so tickt. Und damit fehlt einem natürlich ein Sympathiecharakter. Und so ist auch der kleine Junge nicht unbedingt der Sympathischste. Ja, was man natürlich darauf zurückführen kann, dass er natürlich ein bisschen verwöhnter dann wurde oder eben halt auch so ganz besonders aufgewachsen ist, dass er halt ganz andere, ja, Erziehungen genossen hat, als wir normalen Menschen. Aber das ist so, ich, nee, irgendwie, es war es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es mich in den Film zieht, wenn der auch so merkwürdig aufgebaut wird. Es ist für mich eher kein Kinofilm jetzt. Es ist tatsächlich eher ein Film, den ich mir da mal auf Sky anschaue. Mich zieht es nicht wirklich zu der Geschichte. Ich habe da einfach mir wirklich irgendwie was anderes vorgestellt. Es, ja, ich fand es schade, aber es ist durchaus, wie gesagt, ein interessantes Buch. Es ist, ich würde es weder schlecht noch gut nennen, aber es war einfach gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe, gewünscht habe und was ich da irgendwie davon erwartet habe. Leider. Wer war Alice von T. R. Richmond ist das nächste Buch, was ich im März gelesen habe. Es ist aus dem Goldman Verlag und wurde mir auch dankenswerterweise von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet als E-Book 9,99 Euro und Broschiert 14,99 Euro. Ist relativ aktuell im Februar erschienen und es handelt sich dabei um eine andere Art von Thriller. Also jeder, der Thriller liest, sollte jetzt genau zuhören, obwohl vielleicht auch eher nicht, denn es wird definitiv nicht positiv. Ja, man kann zur Werbung Alice gar nicht so viel zur Story erzählen. Es gibt da eben ein totes Mädchen und sie ist Alice, sie ist relativ jung. Man weiß nicht, ist sie gesprungen, ist sie ermordet worden. Was sind vielleicht die Beweggründe eines Mordes? Was sind die Beweggründe hinter einem Selbstmord? Und man versucht eben in diesem Roman dieses Rätsel des Toten, des Toten Mädchens zu lüften. Und das alles über Berichte, die in der Vergangenheit von Alice liegen. Das heißt, Alice war Journalistin und es kommen verschiedenste Dinge wie Blog-Einträge, Facebook-Status, Interviews, die sie gemacht hat als Journalistin, über Arbeiten, Aufsätze, die sie an ihrer Universität geschrieben hat, über Gespräche, über Briefe von Professor zu ihrer Mutter und so weiter in diesem Buch vor. Ganz komplett durcheinander, überhaupt nicht chronologisch, um eben zu erleuchten, war Alice Opfer, war Alice Täter, was, wie und warum. Und genau dieses Anderssein hat mich eigentlich sehr, sehr angesprochen, weil ich dachte, wie wird da eine Geschichte aufgebaut. Es kam aber anders als erwartet. Ich fand es unglaublich schwierig, dieses Buch zu lesen, weil es keine Chronologie hatte, weil es überhaupt keinen Sinn hatte, weil es keine Reihenfolge hatte, weil man keinen Protagonisten hatte, dem man folgen konnte, auch nicht Alice, zu der hatte man irgendwie überhaupt keinen Bezug. Man wusste nicht, soll man jetzt trauern, soll man darüber froh sein, was auch immer. Und wir haben hier diesen Professor, der eben all diese Fetzen zusammenträgt und das eben einfach willkürlich uns präsentiert, sodass überhaupt eigentlich nichts mit Sinn und Verstand in diesem Buch steckt. Fand ich unglaublich schwierig, fand ich total verwirrend. Man wusste teilweise nicht, in welchem Jahr bin ich, wie alt ist Alice gerade, als sie das vielleicht schrieb. Man hat ständig rumgerechnet, man hatte auch Tagebucheinträge. Da stand zum Beispiel das Alter dazu. Dann hatten wir Song und Playlisten und den Film hat sie sich gerade angeguckt und man wusste nichts, mit diesen Informationen anzufangen, weil man gar nicht das greifen konnte und aus diesen Informationen einen Mensch gebildet hat, zu dem man sich irgendwie ja hingezogen gefühlt hat in dieser Geschichte, dass man ansonsten irgendwie einen Anker hatte. Und das hat für mich das Lesen unglaublich schwer gemacht. Es war schon spannend, weil man wollte natürlich schon wissen, wo führen diese ganzen Recherchen, diese ganzen, ja, Zeitungsartikelchen, Blog-Einträge, wohin führen diese Fetzen an Informationen? Und dann kommt diese Wendung und im Grunde das Rätselslösung und ich habe noch mehr den Kopf geschüttelt, als ich es vorher gemacht habe. Und es war überhaupt nicht mein Thriller, es war überhaupt nicht mein Ding und ich glaube, dass hier viel zu viel gewollt wurde. Man wollte anders sein, man wollte eine andere Ausdrucksweise haben, man wollte spezieller sein und irgendwie hat man dadurch aber irgendwie übers Ziel hinaus geschossen. Die Grundidee finde ich nach wie vor gut, die Umsetzung hier fand ich wirklich sehr, sehr schlecht und man konnte eben einfach nicht in dieser Geschichte irgendwie verweilen. Es war irgendwie wie Silvesterknaller, die umherflogen. Ich fand es unglaublich verwirrend und es hat auch wirklich keinen großen Lesespaß gemacht. Es war schon spannend, sonst hätte ich es auch nicht beendet. Logisch, aber ja, es war dann eben einfach wirklich nur die Neugier, wofür dieses ganze merkwürdige Buch hin? Und das Ende war dann, wie gesagt, auch nicht so toll. Also leider, leider keine Thriller-Empfehlung, leider keine Buchempfehlung. Es ist wirklich nichts, wo ich sagen würde, das muss man gelesen haben und finde ich unglaublich schade, weil es mich wirklich so angesprochen hat. Und ich es wirklich, ich wollte es lieben und ich wollte einen Thriller und ich bekam aber irgendwie, ja, was ganz anderes. Und dann wurde es mal wieder Zeit für ein Hörbuch in meiner Audible-App. Es ist ja das dritte Hörbuch in dieser App. Es ist tatsächlich schon die Hälfte des günstigen Angebotes rum. Und ich habe gehört, mieses Karma hoch 2 von David Zafir. Vor Jahren habe ich mieses Karma von ihm wirklich gefeiert. Ich fand die Idee geil, ich fand den Humor toll und seitdem lese ich wirklich so fast jedes Buch von David Zafir. Und so wollte ich eben auch mal wieder lachen und schmunzeln und mich begeistern lassen von ihm und habe mir dieses Buch geholt. Es wird gesprochen von Nana Spier und hier handelt es sich unter anderem um die Synchronstimme von Sarah Michelle Gellar, die ja so manchen aus Buffy bekannt sein dürfte. Das Buch ist letztes Jahr im November erschienen, kostet als Buch 18,95 und als Hörbuch im Argon Verlag bekommt man es für 14,85. Hat 320 Seiten, die auf über 8 Stunden gesprochen werden und es war eine ungekürzte Fassung. Ja, das zu der ganzen Theorie. Das Buch behandelt, ja, eine Reinkarnation und zwar von Daisy, einer jungen Schauspielerin, die auch schon irgendwie in der Daily Sub gespielt hat, bei der im Leben nicht alles so gut läuft, die einen sehr egoistischen Eindruck macht, sehr auf sich bezogen ist, ihre Umgebung so ein bisschen belügt und auch mal bei der WG-Mitbewohnerin das Geld aus dem Geldbeutel klaut und irgendwie auch so ein bisschen unzufrieden mit ihrem Leben ist und sie geht zu einem Casting, zu einem neuen James Bond und trifft dort auf Mark Barton, der neue James Bond, der leuchtende Stern am Hollywood-Himmel und ja, der sorgt dafür, dass ihre Rolle einfach gestrichen wird und sie weiß jetzt nicht, wie sie ihre ganzen Schulden bezahlen soll oder gar den Taxifahrer, der sie zu diesem Casting gebracht hat und beides sind da ein bisschen in verschiedensten Verwicklungen und ja, sie sterben und werden wiedergeboren als Ameise und treffen dort auf Buddha, der ihnen eben erzählt, wie das so mit der Reinkarnation funktioniert, mit dem guten Karma und dass man eben als Ameise anfängt. Und die berechtigte Frage von Daisy war, wenn wir normale Menschen als Ameise wiederkommen, was passiert denn mit bösen Diktatoren? Und darauf gab es eine sehr lustige Antwort, dass die eben als Darmendbakterien wiedergeboren werden. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, ja, genau mein Humor, das will ich weiterlesen. Und so erleben wir eben die Reise der Reinkarnationen der beiden, denn das ist das Spezielle dieses Karma hoch 2, dass eben beide durch diese Reinkarnationsreise gehen. Sie sind sich beide immer vollkommen bewusst, wer sie sind, was sie waren und dass sie auch irgendwie ja zusammengehören, zumindest was jetzt diese Reise irgendwie angeht. Und beide haben auch noch ein Interesse, so schnell wie möglich wieder menschlich zu werden, denn ihre beiden jeweiligen Ex-Partner dann sozusagen scheinen da ein bisschen anzubandeln. Und die Eifersucht, die versetzt Berge. Ja, ein sehr, sehr lustiges Buch, das mich sehr oft zum Lachen gebracht hat, vor dem ich wirklich schmunzelnd gesessen habe und eigentlich überall gehört habe. Egal, ob es beim Bügeln war, ob es in der Badewanne war, ob es beim Autofahren war, ob es einfach auf der Couch sitzen war, vor dem Zu-Bett-Gehen im Bett. Ich habe es wirklich unglaublich gerne gehört. Ich habe die acht Stunden unglaublich genossen. Ich mochte die Stimme, die vorliest. Ich mag den Humor von David Safir. Natürlich ist es dem Miesen Karma, dem ersten Buch, schon sehr, sehr ähnlich. Das muss man absolut zugeben. Es ist keine neue, innovative Idee, wie es damals beim Mieses Karma der Fall war. Aber es ist lustig und es hat auf ganz spezieller Weise wieder unterhalten. Es hat einen mitgenommen, mitgerissen und wirklich einfach glücklich gemacht. Und diese Vorstellung der Reinkarnation, dass die so funktioniert, fände ich persönlich ein bisschen gruselig. Also, dass man sich wirklich als Ameise daran erinnert, dass man mal ein Mensch war. Weiß ich nicht, ob mir diese Idee so gut gefällt und dass man dann eben auch wieder andere Menschen wiedererkennt. Aber ich glaube, so abwegig ist diese Idee eben gar nicht. Und das macht eben auch den Charme dieses Buches wieder so aus, dass David Safir da etwas doch irgendwie Unmögliches möglich macht und man tatsächlich darüber nachdenkt und sich denkt, ja, es könnte doch tatsächlich so sein. Fand ich unglaublich gelungen. Es kommt nicht ganz an Mieses Karma ran, einfach weil bei Mieses Karma die Idee einfach so spektakulär war und neu und innovativ. Und das ist natürlich hier schon ein bisschen nachgemacht. Ich meine, es ist ein eigenes Buch, von daher kann er da natürlich gerne ein bisschen einfach das Weiterspinnen, diese Idee. Und David Safir beschäftigt sich ja sehr oft mit der Wiedergeburt, wenn man zum Beispiel auch an Mu denkt oder auch an Jesus liebt mich. Man merkt, dass ihnen diese Idee schon ein bisschen fesselt, dieser Reinkarnation. Und so, man hat hier einfach unglaublich viel Spaß und es war wirklich super lustig, wenn die Ameisen sind, wenn die irgendwelche Störchkinder sind und so weiter. Ich fand es unglaublich unterhalten. Ich habe wirklich manchmal losgebrustet vor Lachen und es hat mich gut unterhalten. Es hat mich begeistert. Und auch die Stimme, die gelesen wurde, fand ich sehr, sehr toll. Mir hat sozusagen Buffy vorgelesen. So hatte ich das in meinem Kopf. Und die Stimme ist schon ein bisschen quicklebendig, ein bisschen quietschig. Aber ich fand sie keinesfalls unangenehm, was wahrscheinlich für mich daran lag, dass ich eben Buffy vor Augen habe, also Sarah Michelle Gellar, und mich es dann gar nicht negativ gestört hat. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die Stimme nicht jedem sein Fall ist. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall mal eine Hörprobe hören, bevor man es sich holt. Und dennoch glaube ich, dass das wirklich ein Buch ist, das besonders viel Spaß macht, wenn man es hört. Denn auch Christoph Maria Herbst hat eine Sprachstimme und er ist sozusagen immer die Reinkarnation von Casanova. Und ich fand, es hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Und es war einfach toll. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht zu hören. Auch die Geschichte hat mir Spaß gemacht. Und ich habe die acht Stunden wirklich weggehört wie im Flug. Und es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und nun ein quietschgelbes Buch von Björn Kern. Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Erschienen im Fischer Verlag, kostet als Taschenbuch 9,99 Euro und habe ich bei einer Love the Books Leserunde gewonnen und auch mit dieser gelesen. Was hat mich angesprochen? Ja, natürlich das, was können wir tun, um eben so wenig wie möglich zu tun und eben das Nichtstun zu genießen. Und ja, meine Erwartung an das Buch war so ein bisschen eben ein paar Tipps, wie man vielleicht ja unnötige Dinge besser erkennt und die dann einfach sein lässt. Was habe ich bekommen? Ein Buch, das mir nicht viel gegeben hat. Ich fand es unglaublich schwierig, in diese Geschichte, insofern es die gibt, hineinzukommen. Es sind im Grunde Lebensausschnitte, Lebenspassagen des Schriftstellers scheinbar selbst, der irgendwie sich auf dem Land ein Haus sucht, weil er der Meinung ist, für das muss er weniger tun als in einer Wohnung und er muss dann auch nicht arbeiten gehen. Und ja, es sind unglaublich kurze Passagen, kurze Kapitel. Fand ich sehr, sehr schwierig. Man ist so von Situationen in Situationen geworfen worden, die teilweise nichts miteinander zu tun hatten. Fand ich sehr schwer. Der Vorteil natürlich von so kurzen Momenten ist, dass man immer mal wieder reinliest und dann eben gleich drei, vier so Episoden schafft. Es hat mich aber, ich sag mal, nicht wirklich gefesselt. Es hat mich auch nicht begeistert. Es hat mir nichts zum Nachdenken oder ähnliches gegeben. Es hat mich eigentlich eher enttäuscht, weil die Message ist natürlich, am besten einfach mal nichts tun. Und vielleicht hätte man das Buch auch nicht lesen brauchen, sondern hätte in der Zeit einfach nichts getan. Ich fand es nicht sehr einfach zu lesen und es hat sich auch so viel irgendwie wiederholt. Und wenn dann jemand schreibt, ja, warum sollte man den Schnee wegschoren? Es schmilzt ja eh irgendwann. Oder, ach, das fand ich furchtbar. Ich meine mit diesem, warum Betten machen, man geht dann ja wieder rein. Da gehe ich ja sogar noch mit und sage, okay, ich habe auch kein super ordentlich gemachtes Bett, also mit einer Tagesdecke oder sonst was. Wo du früh fünf Minuten brauchst, es aufzubauen, abends fünf Minuten abzubauen. Aber wenn einem das gefällt. Und ich fand eben auch, er hat die Leute immer so irgendwie verurteilt indirekt, die eben mehr machen. Also die dann eben auch im Herbst irgendwie was anpflanzen, damit es im Frühling schön blüht im Garten. Und er fragt sich, warum man sich überhaupt die Arbeit macht. Und ach, also ich konnte leider nichts damit anfangen. Es hat mich überhaupt nicht irgendwie begeisternd fesseln können. Es hat mich irgendwie enttäuscht, weil ich was anderes erwartet habe. Ich wollte ein bisschen so Denkanstöße oder wirklich so Anregungen. Und ich weiß nicht, ich habe da drin nichts gefunden. Und es ist schade und man will ja gerade, dass solche Bücher einem irgendwo halt vielleicht mehr gefallen, weil man sie eben auch in der Gemeinschaft liest. Und ja, der Tenor in der Leserunde war ähnlich. So richtig konnte damit wenig jemand was anfangen. Es ist sehr schade. Also ich habe einfach mir was anderes vorgestellt. Es war manchmal zum Schmunzeln, aber ich habe wahrscheinlich einfach einen anderen Humor und ja, war dann auch froh, als es rum war und ja, ich es dann irgendwie fertig gelesen hatte und ja, hatte zwischendurch schon mit dem nächsten Buch angefangen, was vielleicht auch schon ein bisschen was verrät, aber leider, leider. Aber man kann es manchmal einfach nicht ändern. Über uns der Himmel, unter uns das Meer. Das neue Buch von Jojo Moyes ist erschienen im Rowoll Taschenbuch Verlag und hat 510 Seiten, ist erschienen Ende Februar diesen Jahres und kostet 14,99 Euro. Ja, ich war sehr gespannt auf das neue Buch, weil mich nicht nur der Titel angesprochen hat, sondern auch der Klappentext. Und ja, um was geht es in der Geschichte? Wir begleiten vier junge Frauen, mehr oder weniger jung, auf einer Reise von Australien nach England auf einem Flugzeugträger. Wir befinden uns nach dem zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 und die englischen Frauen, nein, die australischen Frauen wollen sie ihren englischen Männern, die sie ja relativ schnell irgendwie wie geheiratet haben innerhalb des Krieges und wollen jetzt eben ein neues Leben in England beginnen und sie brechen eben ja ihr Leben vorher in Australien ab und wir erleben ihre lange 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 Reise auf dem Flugzeugträger. Die Frauen sind sehr unterschiedlich. Wir haben eine Schwangere unter uns, wir haben eine, die unglaublich gerne flirtet und ein bisschen frecher ist. Wir haben auch eine sehr arrogante dabei, die ich nicht mag und wir haben ja im Grunde einer oder der Lieblingscharakter von mir, die Krankenschwester Frances, die mit dem Soldat Henry ja so das ein oder andere Erinnerungsstückchen oder ja im Grunde teilt und ja meine Katze hier um mich herumschlägt mich ganz nervös macht. Ja, das Buch war eine interessante Idee, das aufzugreifen. Diese Reisen gab es damals wirklich und auch Jojo Moyes erzählt uns hier ein bisschen Familie Geschichte, denn es ist in ihrer Familie, wo tatsächlich gibt es diesen Fall, dass eben jemand mit diesem Flugzeugträger damals von Australien nach England gereist ist. Ich fand die Idee sehr interessant. Ich mag ja so eine Art Zeitreisegeschichten, also nicht wo die Protagonisten Zeitreise machen, sondern wo ich eine Zeitreise mache und ich bin ja Kitefreund von Weltkriegsgeschichten und fand das hier ganz interessant, dass es eben danach ansetzt und uns eben eine andere Welt, eine neue Welt, eine offene Welt, eine friedvolle Welt zeigt und was die Menschen dabei erlebt haben. Und das schafft auch Jojo Moyes sehr gut rüber zu bringen. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist dabei. Es ist unglaublich ausführlich und das ist eigentlich nicht der Vorteil, sondern wirklich der Nachteil. Es ist manchmal unglaublich langatmig. Es passiert manchmal auf 80 Seiten überhaupt nichts. Man weiß nicht, warum bekomme ich die Information? Warum weiß ich das alles? Wohin führt mich dieser Weg? Und es ist unglaublich lang. Also das kann man absolut sagen. Diese 510 Seiten haben sich lange, lange, lange angefühlt und zwischendurch hatte man auch manchmal gar keine Lust, irgendwie weiterzulesen und musste manchmal wirklich sich so ein bisschen ja wieder dazu überreden, zu diesem Buch zu greifen, was ich bisher noch bei keinem Jojo Moyes hatte. Das muss ich ehrlich sagen. Der Aspekt, dass unsere Langeweile auch die Langeweile auf dem Schiff darstellen soll, das hat eine liebe Zuschauerin in meiner Bücherwoche drunter geschrieben. Das mag vielleicht der Grund sein, aber ich hätte mir auch ohne meine eigene Langeweile die Langeweile auf dem Flugzeugträger vorstellen können. Was wirklich toll geworden ist, sind die Charaktere. Die sind sehr tief, sehr lebendig, die sind sehr echt und man hat wirklich Bilder im Kopf von diesen Menschen, von diesen Protagonisten. Man hat das Gefühl, man riecht die Luft an diesem Deck und man ist da dabei und das hat sie unglaublich gut gemacht, weil wirklich Bilder wie in einem Film voreingelaufen sind und das hat Jojo Moyes wieder super gemacht. Aber mich persönlich erschreckt wirklich diese Langeweile so ein bisschen ab, dafür eine absolute Empfehlung zu geben. Ich denke, für Jojo Moyes Fans ist es sowieso selbstverständlich, dass das Buch gelesen wird. Für alle anderen, die mit Jojo Moyes anfangen, würde ich definitiv ein anderes Buch empfehlen und würde sagen, hm, das ist wirklich so für mich ein bisschen grenzwertig. Also es ist eigentlich der schlechteste Jojo Moyes, den ich bisher gelesen habe und ich finde es wirklich unglaublich schade, nicht nur weil es toll aussieht, sondern weil es eigentlich auch so toll geklungen hat. Aber es ist für mich jetzt ja im Grunde somit die Enttäuschung des Monats. Für immer Holly Hill von Alexandra Pilz ist Ende Februar im Heine Verlag erschienen und wurde mir von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet als Broschierte Ausgabe 16,99 und als E-Book 13,99. Es ist der dritte Teil, ja, um das Holly Hill Zeitreisedorf, wenn man so möchte. Alles begann 2014 mit Verliebt in Holly Hill und ging weiter mit zurück nach Holly Hill im letzten Jahr. Um was geht es in der Holly Hill Reihe? Ja, Holly Hill ist ein Dorf in England, das ein Zeitreisedorf ist. Das heißt, dieses Dorf in England reist durch die Zeit und die Bewohner darin reisen einfach mit. Es sind also alles sozusagen Zeitreisende, die in der jeweiligen Zeit eine Aufgabe haben, die sie irgendwie erfüllen müssen, sollen, können. Irgendwie so. Und dann eben weiterreisen. Das heißt, nichts hält sie irgendwie sonst in dieser Zeit, sondern wirklich nur die Aufgabe. Und sie bleiben an einem Fleck. Und wir haben Emily, ein junges Mädchen, das keine Eltern mehr hat, bei den Großeltern, bei ihrer Großmutter aufwächst, väterlicherseits. Und dann durch einen Brief von ihrer Mutter erfährt, geh auf die Suche nach Holly Hill, da findest du meine Wurzeln, da findest du Menschen, die mir früher was bedeutet haben und umgekehrt. Und sie macht sich auf die Suche und findet dieses Dorf erst überhaupt nicht auf keiner Karte und ist total merkwürdig. Doch dann landet sie in Holly Hill und erfährt eben das Geheimnis um dieses Zeitreisedorfes und lernt die Menschen kennen, die ihre Mutter kannte. Und dann eben auch dieses Geheimnis und verschiedene andere Geheimnisse und hat dann eben durch drei Reihen hindurch tolle Möglichkeiten durch die Zeit zu reisen und ist auch in unterschiedlichen Zeiten. Und ja, es tut sich da natürlich auch die ein oder andere Liebe auf. Man liest es ja am zweiten Titel Verliebt in Holly Hill oder im ersten Verliebt in Holly Hill. Und es war eine tolle Geschichte. Ich habe den dritten Band sehr geliebt und ich fand es unglaublich schade, als das Ende immer näher kam, weil es nun tatsächlich der endlose Abschied sozusagen kam, dass es wirklich das absolute Ende ist und dass ich Tschüss sagen musste zu dieser tollen Zeitreise-Geschichte. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Idee mit diesem Zeitreisedorf, wie auch die so durch die Zeit gereist sind und warum und was es da zu tun gab. Und ich fand das ganz, ganz toll. Ich fand es spannend. Ich fand es packend und ich mochte es unglaublich sehr. Und ich mochte auch den dritten Band, der nahtlos mehr oder weniger an der zweiten Geschichte angeschlossen ist, der einen einfach mitgerissen hat, der einen begeistert hat, der einen direkt mit wieder genommen hat in die Geschichte. Die Charaktere, die einem ans Herz gewachsen waren, waren direkt wieder im Herzen drin und man war einfach dabei und es hat sich so toll, so echt angefühlt. Und ich wäre unglaublich gern noch viel, viel öfter in Holly Hill und ich finde es toll, wie diese Geschichte dann auch ändert. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, sind immer die Titel, die finde ich immer ein bisschen zu viel verraten, was in den Büchern passiert. Ich mochte die Cover, ich machte die Idee, dieses bunten, grellen, dieses irgendwie lebendigen und auch so ist einfach die Geschichte. So war auch das die von Alexandra Pilz und ich bin sehr gespannt, mit was sie uns vielleicht dann im nächsten Jahr überrascht. Insofern sie eine weitere Reihe irgendwie plant, bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich mochte auch einfach ihren Erzählstil, wie sie es rübergebracht hat, wie sie was erzählt hat und wie sie uns einfach alles nahe gebracht hat. Ganz, ganz toll, großes Bücherkino. Habe ich dazu auch ein Special im Bann für Buchreihen Video gemacht, das ihr vielleicht in der Infobox findet, wenn ich dann am Ende irgendwann dran denke, es zu verlinken. Und ich hoffe, ja, jeder sollte es lesen, der Zeitreisen mag. Ist herzlich willkommen in Holly Hill und für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Lieblingsgefühle von Adriana Popescu erschienen im Pipa Verlag. Das Taschenbuch kostet 9,99. Habe ich verschlungen an einem Tag. Ja, mehr gibt es eigentlich zu diesem Buch nicht zu sagen. Ich war in der Geschichte um Leila, Leila, wie auch immer man sie aussprechen möchte, und Tristan gefangen. Ich habe schon den ersten Band Lieblingsmomente geliebt und es wurde zu einem meiner Lieblingsbücher, zu einem meiner Lieblingslesestunden und so auch Lieblingsgefühle. Die Fortsetzung und hier geht die Geschichte ziemlich nahtlos an der Geschichte des ersten Bandes weiter. Deswegen möchte ich gar nicht so viel zur Story erzählen. Ich möchte ja keinem spoilern, der Lieblingsmomente noch vor sich hat und es sollte jeder lesen. Die Geschichte hier packt einen von der ersten Seite an. Man ist sofort wieder bei den Gefühlen, die komplett alle da sind. Von Freude über Trauer, über Wut, über Eifersucht, über, ja, wirklich die ganz, ganz große Liebe, das ganz, ganz tiefe und tolle Gefühl des Verliebtseins, der wahren Liebe, das der Hingabe. Natürlich gibt es nicht nur positive Gefühle. Wir haben auch im zweiten Band ein bisschen Eifersucht, ein bisschen Wirrwarr. Aber das tut der Geschichte besonders gut, weil einfach alles drin ist, alles dabei ist. Und ich habe mich in diesem Buch wieder so wohl gefühlt. Ich mochte die Bandbreite, ja, des Seins in diesem Buch, dass man eben mit voller Kraft, mit vollem Gefühl und voller, ja, Lesensseele sozusagen einfach, was empfindet und dabei ist. Und ich mochte auch, wie die Geschichte weiterging. Ich mochte Leila, ich mochte Tristan und ich mag auch Becky, die beste Freundin von Leila. Und ja, ich mag auch die musikalischen Einflüsse. Einflüsse, ich kann mir ja wie immer keine Namen merken, aber es gibt ja auch einen YouTube-Kanal, der passend zu diesen, ja, von Thomas Pegram, der zu diesen Büchern ja mehr oder weniger seine Musik beisteuert oder die Musik und die Worte von Adriana Popescu verschmelzen hier. Und ich habe auch eine besonders schöne Stelle ausgewählt, die ich ganz, ganz toll finde. Und hier geht es noch ein bisschen darum in dieser Stelle, dass man eben einfach Dinge einfach mal tun muss und sich auch dessen bewusst sein muss oder sollte, dass man sie kann. Und dann heißt es, Schmetterlinge sehen ihre Flügel nicht, trotzdem haben sie welche. Sie wissen nicht, wie schön sie sind und trotzdem sind sie es. Und wunderschön, ein ganz, ganz tolles Buch, was ich denke, mein absolutes Monatshighlight sein wird, weil es hat mich keins der anderen Bücher so geflasht wie dieses und so begeistert. Und Adriana hat es wirklich geschafft. Und ich bin gespannt, was als nächstes von ihr kommt und ja, kann dieses Buch absolut weiterempfehlen. Es hat ein bisschen was über 400 oder an die 410 Seiten und ich habe es wirklich geliebt. Elatar, das Herz der Magie von Rachel Greene war das nächste Buch, an das ich mich sozusagen gewagt habe. Es ist erschienen am 8. März im CPT Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt und hat 528 Seiten, kostet Broschiert 12,99 und als E-Book 9,99. Hinter Rachel Greene verbirgt sich eine bekannte Autorin, die hier ein Pseudonym nutzt. Leider habe ich im Internet nichts dazu herausfinden können, aber ich war natürlich ein bisschen neugierig. Ja, um was geht es in Elatar? Wir haben hier eine Fantasy-Reihe für Jugendliche, ich glaube ab 13 Jahre. Und der Klappentext hat mich damals unglaublich angesprochen. Es geht um Elatar, er ist der nicht anerkannte Bastard des Königs und ja, wächst im Grunde mit seinem Halbbruder zusammen auf. Er wird dann des Hofes verwiesen und ja, man trifft ihn dann auf der Hochzeit seines Halbbruders wieder. Und ja, er trifft dann auf Rissa, die zweite Charakterin sozusagen der Geschichte, die etwas zu verbergen hat, denn in ihr schlummert Magie. Und Magier werden in diesem Reich, ja, mit dem Tode bestraft. Und ja, so kommt es, dass Elatar auf Rissa trifft und er in einen Hinterhalt gelockt wird von Verrätern, die ihm Böses wollen. Und in dem Moment aber Rissa da ist und ja, sich der Konflikt ja anbahnt sozusagen und Rissa eben in sich gerissen ist, wenn man so möchte, ob sie da helfen soll oder nicht. Die ganze Geschichte geht im Grunde ja, um diesen Konflikt des Bastards mit der Zauberin, Magierin. Und es war unglaublich langweilig. Also ich sage es direkt, ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen. Ich habe knapp die Hälfte geschafft, um die 230 Seiten. Und muss wirklich sagen, es ist ein Kinder-Fantasy-Buch. Damit kann ich absolut leben. Oder Jugend-Fantasy, das lese ich zwischendurch immer mal wieder gerne. Und der Klappentext klang unglaublich spannend. Leider hat sich der Anfang lesen lassen wie die eine Vorgeschichte von Game of Thrones. Ich kann es gar nicht anders sagen, als das Leben unseres Elatar erzählt wurde, wie er am Hofe behandelt wurde von seinem Vater. Sehr liebevoll von der Nicht-Mutter, der Frau des Vaters, sehr böse. Und die Gedanken und dann die Zuneigung zum Halbbruder. Und all das hat mich unglaublich an Jon Snow erinnert aus Game of Thrones. Wenn der eben rückblickend über seine Kindheit erzählt hat oder auch die Mutter seines Vaters sozusagen über ihre Gedanken gesprochen hat. Und da dachte ich irgendwie, okay. Dann fand ich es unglaublich irritierend, dass in einem Buch für Kinder ab 13 hier so ganz freiwillig von Bastarden und so gesprochen wird, aber eigentlich gar nicht erklärt wird, was das ist. Und ich mir so dachte, weiß denn wirklich ein 13-Jähriger so auf Anhieb, was das ist und wie das vielleicht was Zusammenhängendes ist. Und das war für mich überhaupt nicht rund. Der Anfang war noch relativ spannend. So die Einführung in die Charaktere, in die Welt fand ich wirklich sehr gelungen. Man hatte schon so das Gefühl, ja, man kommt in die Geschichte angenehm rein. Ein, was mich unglaublich gestört hat, war der Perspektivwechsel, teilweise so gefühlt mitten im Satz, mitten im Kapitel, war man auf einmal die andere Perspektive und man hat es manchmal einfach nicht umrissen, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob die Anzeige vielleicht damit zusammenhängt, dass ich es auf dem E-Book-Reader gelesen habe. Ich fand es unglaublich schwer, der Geschichte zu folgen und wer bin ich, wo bin ich, was bin ich und wieso. Und ich fand das unglaublich schwer und ich fand es so langatmig. Und spätestens als ich dann zu einem anderen Buch gegriffen habe, dachte ich mir, okay, passiert mir sehr selten, aber ist eigentlich schon ein Zeichen dahin, dass das Buch mich nicht spannungsmäßig festhält. Und als ich dann bei dem anderen Buch, was ihr dann als nächstes wahrscheinlich sehen werdet, so in den Bann gerissen wurde, dachte ich, warum wertvolle Lesezeit mit einem Buch verbringen, das dir nichts gibt? Und habe es dann wirklich abgebrochen. Ich habe es schwerherzens abgebrochen, weil ich natürlich mir gerne eine ganze Meinung über das Buch bilden möchte. Ich kann jetzt wirklich nur so für die erste Hälfte sprechen, die mich leider nicht gepackt hat. Ich finde es echt schade. Ich wollte, dass es mir gefällt. Ich liebe High Fantasy und hätte mich gefreut. Für mich war das aber nicht rund. Es war nicht spannend. Die Charaktere waren irgendwie zu pluff. Das sind, ich weiß nicht, ich kann es vielleicht nicht gut genug erklären, aber mich hat es einfach nicht gefesselt, mich hat es nicht an den Ball gekriegt und mich hat es nicht mitgenommen in der anderen Welt. Und demzufolge musste ich es leider abbrechen. Ist somit auf jeden Fall das Schlimmste, diesen Monat, wenn man so möchte. Ja, wie gesagt, es können nicht immer alle Bücher toll sein und dieses war es definitiv leider nicht. Maybe Someday von Colleen Hoover erschienen im DTV Verlag jetzt Mitte März ist das letzte Buch in diesem Monat und es ist wohl eins meiner absoluten Monatshighlights wenn es nicht gar sogar dann ein Jahreshighlight wird. Ein Buch, das mich von der ersten Seite mitgerissen hat bis zum Schluss. Das Buch ist eine Empfehlung von ganz lieben Mädels und es kam total unverhofft auf meinen E-Reader und es ging dann noch unverhoffter, dass ich es direkt gelesen habe und eigentlich nicht mehr weglegen konnte und es in zwei Abenden, Nächten, Mittagspausen gelesen habe und so tatsächlich in der Nacht vom 31. auf den 1. April fertig wurde. Ja, um was geht es in Maybe Someday? Es geht um Sydney, ein junges Mädchen, das an ihrem 22. Geburtstag erfährt, dass ihr Freund ein sexuelles Verhältnis hat mit ihrer besten Freundin und sie darüber sehr, sehr bestürzt ist und damit einfach nicht gerechnet hatte und dann aufgegabelt wird auf der Straße von einem anderen ähnlich alten Mädchen in die Wohnung gebracht wird und dass sie sich da erst mal niederlassen kann und sie da in der Wohnung dann Rich entdeckt, den jungen Mann, der ihr vom Balkon her gegenüber wohnt und dessen Musik sie auf dem Balkon schon immer unglaublich toll fand. Denn er spielt wunderbar Gitarre und sie hat es sogar so weit inspiriert, da Songtexte dazu zu schreiben beziehungsweise einen und beide spüren sofort, dass sie etwas verbindet und das ist zum einen auf jeden Fall die Musik, denn sie fangen an, gemeinsam Songtexte auf die Musik von Rich zu schreiben und ja, natürlich kommen da einfach auch noch andere Gefühle auf, die aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht sein dürfen, sein sollen, sein können. Sein sollen, sein sollen sein, sollen sein, so rum. Und ja, wir haben hier keine typische Liebesgeschichte, wir haben keine typische Schnulze und wir haben auch keinen Young Adult, ja, erotischen, sexy Roman. Nein, das alles nicht. Colin Hoover habe ich ja schon kennengelernt durch die Reihe von Weil ich Laken liebe. Diese drei Bände habe ich ja gelesen und den ersten fand ich mega. Und so geht es mir mit Maybe Someday auch. Ein Buch, das mich von der ersten Seite mitnimmt, das wunderbare Charaktere zeichnet und Colin Hoover schafft es einfach, Charaktere ja darzustellen, wie sie eben im echten Leben sind und Gedanken zu schaffen, die man im echten Leben eben auch hat. und jeder von uns wird die Situation einfach kennen, wie sie in diesem Buch beschrieben wird und welche Gedanken einem da durch den Kopf gehen, welche Gefühle man hat, dass man manchmal einfach, dass das Leben einfach manchmal anders ist, als man es vielleicht sich erwünscht und man eben manchmal nicht so auf das Herz hören kann, sondern auch einfach auf den Kopf hören muss. Und das bringt dieses Buch wunderbar rüber. Man hat alles an Gefühlen von Freude, Traurigkeit, man hat Liebe, man hat Eifersucht, man hat einfach manchmal auch diesen Hin und Her Gedanken. Es ist einfach alles an Bandbreite da. Man konnte lachen, ich konnte weinen, ich konnte viel weinen und viel schmunzeln, viel lachen, viele Gedanken machen, wunderbare Szenen. Es gibt so wunderbare Momente in diesem Buch und es gibt einfach neben Rich und Sidney auch ganz, ganz tolle Charaktere und ich finde dieses Buch unglaublich. Es hat mich so berührt, es hat mich so mitgenommen, es hat mich so begeistert und ich hätte am liebsten direkt das nächste Buch von Colleen Hoover gelesen und ich bin einfach drin und ich fand es so toll und ich mochte die Dialoge und das Setting und die Umgebung und ich finde einfach toll, dass Colleen Hoover es wirklich schafft, Menschen in das Buch zu bringen. Also man hat wirklich den Eindruck, dass diese Menschen, dass man die kennt, dass man vielleicht mit denen befreundet ist, dass die einem ihre Geschichte erzählen und man fühlt einfach, was die fühlen und es zieht einen den Magen zusammen, es lässt einen das Herz hüpfen, es lässt einen weinen, es lässt einen mit lachen und manchmal sitzt man auch Kopfschul und davon denkt sich, ach, kann die mal jemand schütteln? Das ist so echt und das ist echt unglaublich, wie das Colleen Hoover bei mir geschafft hat und es ist wirklich meine absolute Empfehlung, ein absolutes Monatshighlight und es hat mich wirklich ganz, ganz, ganz tief begeistert, berührt und mich mit Buchfreude, Lesefreude und Herzensfreude wirklich einfach mitgenommen und begeistert. Also alle Daumen hoch und ein wirklich grandioses Buch. Das Video ist natürlich durch die Clips jetzt einen Hauch länger geworden, weil es natürlich tatsächlich zwölf kleine Clips waren und ja, dennoch hoffe ich, dass das ein oder andere Buch auf jeden Fall vielleicht für den anderen dabei war oder es euch jetzt einfach überzeugt hat oder ja, einfach noch mehr dazu angeregt hat, es von eurem Sub wegzulesen oder es ist vielleicht auf der Wunschliste gelandet. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben, welches der Bücher euch vielleicht am ehesten angesprochen hat oder ja, einfach welches Buch vielleicht auch bei euch im März gelesen wurde. Würde ich mich wirklich drüber freuen und ich freue mich wirklich über diesen März, dass der so toll gelaufen ist und gehe mit voller neuer Energie jetzt in den April oder bin im Grunde ja schon in den April gestartet. Ihr seht ja dann in der ersten Bücherwoche, wenn ihr euch das anguckt, Samstag oder Sonntag, ja, das seht ihr ja dann, wie meine erste Aprilwoche gelaufen ist und ja, tolle Bücher oder auch eben so die ein oder andere Ausnahme, das nicht und ja, ich bin happy und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ich würde mich sehr über den Daumen hoch freuen, wenn es der Fall war und natürlich auch über Kommentare, um sich da ein bisschen auszutauschen. Wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, eure Steffi.